Oh, mach du mal mehr Räume, damit die NPCs reinzinken. Zum Beispiel den Händler, der Waffenhändler, die Note. Ah, die Note. Komm, zähl mich. Du hättest schon den dritten Grabstand, den du hinterlässt. Ja, das ist alles extra so geplant. Wir bauen einen ja im Friedhof, ne? Ah, stimmt ja. Alles die man kann. Nein, da musst du sterben, die Dürfen zu sein. Also, das ist jetzt ein gross oder ein kleiner Grabstand? Gross. Grosser Grabstand. Das wird unsere Hauptwelt. Das wird unsere Popowelt. Da spielen wir auch immer mit unseren Fingern drin. Verstehst du? Die Frauen hatten immer ihren Finger im Spiel. Hehehe. Ja, ich glaube gar nicht, weil das weiß ich. Ja, ne? War's, wenn das in Deutsch war? Da stand ein Satz. Äh, wegen Geschichte. Ne, ich bin nicht in Deutsch, sondern das war eine Geschichte. Ähm, weshalb war das halt mit der... Okay, ich sag nichts mehr. Äh, doch, sag ich. Mit der, ähm, mit der Zeitwand, also mit der Zeitwandlung von Altsteinzeit und Jungsteinzeit. Also, die Steine brauchen wir für, äh, Stein... Steinhäuser? Ne. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, die Steine brauche ich nur um die Finger zu schneiden, äh, zu schneiden, genau. Warum sag ich immer irgendwas mit Sch oder mit P? Mit S oder mit Sch oder mit P, genau. Boah, bist du gut, ey. Boah, bist du gut, ey. Es macht wirklich Spaß mit dir in der letzten Zeitwand. Ey, wie du sagst, das ist alles geplant. Ja, aber bis wir in Siethoff bauen können, bist du schon zu 50 Milliarden Mal gestorben. Ich bin nur noch erst 6 Mal unabsichtlich gestorben, in Anführungsstrichen. Also, so. Hä? Hey, es gibt hier gar keine, in Anführungsstrichen. Es gibt hier auch gar kein Rotzeichen, das sieht dann so aus. Das finde ich ja gar nicht erotisch. Weil zum Glück weiß ich, wo das ist. Slash. Guck, ich kann Slash machen, ich bin gut. Und... Alter! Mami! Mama! Alter! Was? Er? Er hat das P-Wort gesagt, tötet ihn! Jetzt gleich sage ich das Sch-Wort. Stehst du auf das Sch-Wort, ne? Ich weiß genau, dass du es willst. Ja, warte. Wann wird das nicht den Tag, schau mal? Wann geht das nicht? Dauert nicht, wenn es will. Es ist voll dumm, dass man hier keine Slash-Befehle machen kann. Zum Beispiel Slash... Das geht gar nicht. Ich habe dicke Eier, so dick wie ein Straußenei. Er hat Penis gesagt. Du hast die Kräftenkiste weggebracht. Wie machen wir eine roten Plattform? Deine Mama ist eine roten Plattform. Deine Mutter hat sie. Du hast die Kräftenkiste weggebracht. Du hast die Kräftenkiste weggebracht. Ich habe die nicht. Du hast sie weggebracht. Eigentlich nicht, aber egal. Ich habe eine Höhle gefunden. Ich werde Feuerwehrmann! Feuerwehrmann! Was hast du gefunden? Eine Höhle. Ja doch, voll heftig, ne? Ich werde Feuerwehrmann! Ich werde Feuerwehrmann! Voll der geile Beruf, Feuerwehrmann, ne? Ermitteln, dass du hier in der Nähe gehst. Dass du hier in der Nähe rauskommst! Drago, du hast doch letztes Mal beim... Äh, naja, wie soll man es sagen? So, halt? Hast du auch geschrien? 1-2-3, ich komme! Na ja, einfach. Ja, weil deine Großmutter da war. Ja, ja. Ich weiß. Dann bin ich ja so gut. Ja, ja. Nur schlimm, dass meine Oma irgendwie... Ja, meine Oma ist, ne? Ist deine Oma heterosexuell? Hä? Ist deine Oma heterosexuell? Ja, ne, ach. Eigentlich heißt es ja heterosexuell. Man sagt aber hetero. Ich weiß. Deine Mama ist hetero. Was dagegen? Deine Mama lacht. Meine periante Kind schon. Alles klar. Jetzt können wir echt nur eins zu euch sagen. Also, ich würde euch ja gerne helfen, aber... Ich habe Gold gefunden. Ich habe Gold gefunden. Ja, super. Legst in die Kiste, die ich jetzt hintu. Deine Mama. Alles meins. Ja, wir machen alles zusammen. Wenn du eine Goldrüstung hast, dann bekomme ich ja auch eine Goldrüstung. Wir machen das immer so. Du bekommst was, ich bekomm was. Du bekommst was, ich bekomm was. Und der, also guck mal, wenn ich es finde, bekomme ich es zuerst. Danach bekommst du es. Also, oder guck mal, wenn ich zum Beispiel jetzt schon eine Goldrüstung oder so habe, sagen wir einfach mal, dann bekommst du sie. Verstehst du das? Dann bekomme ich sie. Ja, immer so abwechselnd halt. Sie sind immer gleich weit, sie sind. Ja. Und wenn einer nicht sofort stecken bleibt. Ja, du siehst es natürlich wieder zweideutig. Weil ich ein Mann bin. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Du bist Uschi und ich bin der Detlef. Ja, ja, also, du musstest wissen, ich bin Uschi und er ist Detlef. Nee, Gunther. Der Gunther ist, äh, der Zuschauer. Der, der Zuschauer. Der Zuschauer ist, Gunther. Oder Nick. Also, ich bin die Gunther. Das ist der Nick. Kommst du, Rote Party? Also, komm, leg die Sachen und die Teste hoch. Du kommst jetzt rote Partie! Mäg die Sachen in die Kiste und komm... äh... Geiler Hengst! Geiler Hengst! Du Wallach! Oh... Naja... Wer dafür ist, dass äh... Dragonen Wallach ist, alle mal Daumen hoch! Für das Vidi! Du sexy Bängel von nebenan! Wie ist Klape? Jo... Ich nenn mich jetzt beim nächsten Netzplay immer... ...der sexy Lümmel von nebenan LP! Also du, Detlef, zahlst mich gar nicht in! Nochmals in der Hölle, ne? Nö, da geht's nicht weiter... Also ab sofort ähm... machen wir dann die Beschriftung so... Let's... Faye... Ne... Let's Gay Together Terraria... Und... Ne... Und dann äh... Let's Gay Together Terraria... Und dann... Also ich schreib's dir nochmal... Let... Na warte... So, ne? Folge! 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 Ja, ja! Das war extra! Nur mal so! Ich kenn da halt einen, ähm... YouTuber, den ich hier jetzt nicht lernen möchte, weil er ja nicht berühmt werden soll... Der hat Folge mit V geschrieben! Nein! Doch! Der ist halt für geil! Der kann sich das leisten! Dein ist, der äh... Ist schon ähm... Das... äh... Das Dämoni-Test! Dämoni-Test, ja! Uh, sexy Lümmel! Also alle sind die Tester, die du grad nicht mitnehmen willst! Also alle sind die Tester drin! Okay! Juck! Dann bist du nie verstopft! Und da äh... Wir haben beide die Tester! Ach du rote Schleine! I know it! Pikachu! 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 Donner-Blitz! Los Pikachu! Blitz-Attacke! Nimm mal! Bauter-Seite! Denk dran! Immer Folge mit V schreiben! Und ich glaube nachher alle noch, du bist ein Streber! Also das äh... Das Kupfer ist das Schlechteste, dann kommt die Seite, dann kommt die Treber, dann kommt das Gold und dann kommt das Dinger! Äh... Das Schlechteste... Ne, 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 ne! Das Schlechteste ist immer noch hier... Äh... Shadow-Erz! Genau! Shadow-Erz! Ist noch schlecht als Dämoni-Test! Ist sowieso das Schlechteste! Ja, Mann! Den Maik verfriert auch das Schlechteste! Ja, mal das Seil ist immer! Ist auch voll mit Silber! Nimm das... Mach das... Baut das mal! Baut das oben ab! Baut das oben ab! Geiler! Voila! Findest du meinen FC Basel-Amts? Rot-Blau!